... Willkommen, Kenntin. ... eines Workaholics. Ohne seine Ideen hätten wir neun Auftragen nie bekommen. Sehr glücklich, Herr Kollege. Ich bin es gar nicht vorzumachen. Die Geschichte, der ich alles gern nie halbmacht. Zu meiner Liebesgeschichte. Und wir anschließend... Was ist denn unser Ziel? Jedes davon gehört uns vor unseres Unternehmens wie ein Multiplikator. Wie dem war? Sollten wir höher geratet werden? Und mit 5000 Kilometer? So, unsere Böden hier in Meines gehe ich an. Es geht immer schneller und ich komme einfach nicht mehr mit. Ich bin still. Das kann ich nicht. Ich muss weiterhin mehr Geld antragen. Ich bin jetzt schon. Sie sind mir dicht auf den Fernseherz. Sie werden es machen. Sie werden es nie wieder. Ja, wir werden das Brüder präsentieren. Kannst du da nicht? Das ist ein Spiel. Ein Film. Ich glaube, ich habe noch alles. Ich habe eine Bildung. Was bildest du dir ein? Hier gibt es keine Ahnung. Die 500 Millionen sollen dafür nur noch eine neue Form werden. Ich darf sie jetzt mal kurz aufwarten. Zieh zurück. Ach so, ich hab' seinen Dank gebrochen. Spann den Hals. Die haben wir in so kurzer Zeit so viel Geld verdient. Spann den Hals. Spann den Hals. Schreit's in die Kommentare. Weiter geht's. Entweder mit einem interaktiven Video und nach dem Untergrund. Oder mit dem Trailer zum gigantischsten Rülpser aller Zeiten. Werden wir mal weiter. Wir sehen uns nächsten Freitittittag. Tschüss. 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 Tschüss.